Also komm, jetzt gib mir eine Kette hier mit einem scheiß Taxi. Das geht ja gar nicht mehr. Alter! Ratlos und rastlos, viel zu oft tatenlos, sitzen wir hier in unserem Revier und reden und reden, übers Berge bewegen und fragen uns, warum sind wir immer noch hier? Wir wollten so viel sehen und erreichen, komme was wolle, nie Segel einstreichen, sind immer noch hier, das Ziel fest im Visier. Das ist Hannover, nicht Hollywood, zu viel Erwartung tut selten gut, weil die Welt sich schneller dreht, als ich gucken kann. Wenn es mehr Scheiße regnet, als ich schlucken kann, fängt die Platte von vorne an. Fängt die Platte von vorne an. Farblos und leblos, fassungs- und regungslos schreiben wir hier. Auf Umweltpapier, Träume und Pläne, um was jetzt wohl wäre, wenn wir damit hier alle Wände beschmieren. Wir wollten im Leben niemals aufgeben, eigene Wege finden und leben, sind immer noch hier. Ich bestell noch zwei Bier, das ist Hannover, nicht Hollywood, zu viel Erwartung tut selten gut, weil die Welt sich schneller dreht, als ich gucken kann. Es mehr Scheiße regnet, als ich. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Sind Sie Frau Luzito? Ich hab Sie schon oft im Fernsehen gesehen, haben wir sehr gut gefallen. Ich bin ja selbst auch kreativ tätig. Ich fahr jetzt hier nur so ein Taxi, um ein bisschen Kohle ranzukriegen, so übergangsweise. Ich spiele auch in einer Band, ich spiele Gitarre und singe. Ich nehme jetzt auch bald eine neue CD auf und mache ein Video. Ich bin echt ganz, diesmal echt ganz guter Dinge, dass das was werden kann. Also, dass das echt was werden kann. Süßer, dir ist aber schon klar, dass das hier Hannover ist und nicht Hollywood, oder? Das ist nicht L.A., das ist Hildesheim. Kein Walk of Fame, nur ein Wanderverein, weil die Wirklichkeit länger hält, als ich träumen kann. Gegenwind stärker bläst, als ich mich bäumen kann. Alltagswärm lauter ist, als ich schreien kann. Leben passiert, ich mich nicht immer sträuben kann. Bleibt es erstmal beim Irgendwann, Irgendwann. Bei mir, Irgendwann, Irgendwann. Bei mir, Irgendwann, Irgendwann, Bei mir, Irgendwann. Anybody Ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal zwei Schnitzel übereinander gegessen habe, Alter. Das ist ein Toast. Auf jeden Fall. Ist aber aus wie Brot, oder? Ein bisschen aus wie Brot. Ein bisschen schon, könnte man halt auf jeden Fall annehmen, Alter. Also ich bin jetzt von oben bis unten mit Bier, das Tags hin nicht. Keine Sorge, ich habe mir jetzt extra zu den Beinen gepackt, Alter. Das auch. Das Final könnte auf jeden Fall sein, das Wurstwasser auszutrinken. Wenn wir mal wirklich die aus dem Glas genommen hätten, Alter. Naja. Einfach nicht. Oh, ich muss auf eine heiße Ansage. Ich kann die Dose kaum halten, wenn meine Hände so fettig sind. Haben du da, Alter. Was ist da los? Aber riecht gut, oder? Die Schweinschnitzel. Ich hab dir ja gesagt, du hattest keine Pizza vorher essen, Mann. Du musst dir gar nicht darüber reden, Alter. Mann, Alter. Das Knorpelwunder von Linden. Was ist denn Knorpel? Mann, ey, wir haben uns aber auch nicht fatzen, Alter. Echt krank gesoffen, Alter. Ja. Da hab ich Angst vor, ey. Vor dem Knorpel. Vor was ich Angst habe, Alter, wenn es wirklich darum gehen sollte, dass ich gleich anfange zu brechen, Alter, rufen die wirklich die Polizei im Laden, Alter. Mann, du lacht. Mann, du lacht. Mann, du lacht. Im Endeffekt wird der eh nur eine Sekunde verwendet, oder zwei. Wir dürfen mit den vorderen Leuten nicht sprechen, hab ich gehört. Ne, aber ich rede ja nur nach vorne, als wenn ich mit dir spreche. Oh. Oh, wenn es stinkt, tut es mir leid. Nein, Deccazicker, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Komm mich echt nicht. Wenn ich mal rufen. Alter, du hast... Wie hast du denn ein geiles Dinges neu genommen? Wo hast du denn her? Ah, oder eine? Na, eigentlich keine. Oh Gott. Ich muss erst mal umgucken, mich hier in den Backen zu trinken, Alter. Du kannst ja hier rechts rumfahren, und dann kannst du dann mal eine Runde fahren, mit meiner Post von der Straße rein. Oh. Oh, ich hab fast geschafft. Ich bin schon fertig, Jogi.